ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen markt der goldpreis fällt bereits seit drei wochen in folge ging über dem jahres hoch hat das edelmetall um 140 dollar nachgegeben das sind knapp sieben prozent schauen wir mal auf die charts und ordnen diese bewegung ein den risiko und weise gibt es natürlich wie man vorab mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollte sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handels empfehlung anspreche legen wir direkt los wir gehen rüber in die xstation und der rückgang ist zwar stark aber nur eine korrektur der vorige aufwärts impuls hat bei 1766 dollar begonnen und hier unten ist also die wichtigste unterstützung für die bullen zu finden in der vorwoche hatte der goldpreis kurz vor dem 78,6 prozent retracement gedreht und auch über dem 61,8 prozent retracement geschlossen damit konnte zumindest ein teil der verluste wieder ausgeglichen werden am donnerstag gab es ein doji und damit wurde zumindest mal der ausverkauf gestoppt am freitag erreichte gold zuerst ein tiefes tief konnte sich dann aber erholen leicht im plus schlossen schließen und auch eine bullische hammer kerze ausbilden wir sehen es eben hier am langen unteren schatten zu beginn der neuen woche geht die erholung weiter wichtig sind aber immer die schlusskurse spricht der widerstand bei 1854 dollar das ist die abwärts struktur im kurzfristigen bild beziehungsweise der korrektur nach dem starken aufwärts impuls gehen wir nochmal eine zeiteinheit runter wichtige hochs werden hier bereits getestet und bei einem bruch nach oben könnte also der kurzfristige abwärtstrend beendet werden es könnte ein neuer aufwärtstrend entstehen und möglicherweise könnte das tief der korrektur erreicht worden sein der schlusskurs um 12 uhr wird uns da mehr informationen liefern heute könnte aber bereits ein wichtiger tag für das edelmetall sein ein neuer kurzfristige aufwärtstrend würde benäuten dass wir folgende ziele im großen bild markieren sollten das jahreshoch und das darüber liegende hoch vom april 2022 bei knapp 2000 dollar und rein theoretisch hätte der markt sogar noch mehr platz für eine stärkere korrektur entscheidend wie gesagt die 1766 dollar marke lasst gerne einen daumen da mehr analysen gibt es auch in meinem video von heute morgen link finden sie immer unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal